Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Walking Dead und wir machen einfach sofort weiter, indem wir hier aufs Spiel gehen und Episode 1 ein neuer Tag auswählen und weitermachen, da wo wir aufgehört haben. Wir sind nämlich von dem Hof weggefahren mit Kenny und seiner Familie. Well, this is as far as we're going. And it's far enough. Oh, ich bin ein Überlebender. Oder auch nicht. Super. Oh nein. Okay, wer war das? We can't take risks like this. And we can't just let people die either. When I say that door stays shut no matter what, I fucking mean it. We don't know who these people are. They could be dangerous. Worse, they couldn't let them right to us. Where the hell is your humanity? They would have died out there. Then we let them. We have kids with us. I see one little girl. What is it? I have to pee. I'd go out there again in a second. I bet you would. You're a dom careless kid. In a minute, Clem. They've got kids, Lily. Those things outside don't care. Maybe you should go join them then. You'll have something in common. Ah, dammit, Lily. You have to control these people. Harley and Glenn just ran out there. She's the leader here. And Clem get trotzdem. If you were in my shoes, you'd be there. Holy shit. Son of a bitch. One of them is bitten. Er wurde nicht gebissen. Hell, he wasn't. We have to end this now. Over my dead body. We'll dig one hole. No, I'm cleaning him up. There's no bite. He's fine. Don't you fucking people get it. We've already seen this happen. We let someone with a bite stay in and we all end up bitten. Shut up. We gotta throw him out or smash his head in. Kenny, stop him! Hey, what do we do about this guy? Dad, it's just a boy. It's... Lily, I'll handle this. But your heart, dad. You gotta calm down. It's either him or your son. I say it's him. Goddamn right. Out on his ass with those things. Everyone, chill the fuck out. Nobody's doing anything. Shut up, Lily. And you, shut the fuck up. They will find us. And they will get in here. And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Please stop this. It's upsetting him. Oh, I'm upsetting him. Upsetting is getting eaten alive. What if this was your daughter? Never would've happened. She's not some snot-nosed toddler, okay? She's United States Air Force. Fuck you and her. I'm gonna kill him, cat. Just worry about duck. Lee! Yeah? There's someone in there. It's just locked. Key's behind the counter. Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, once she's dead, he'll probably pounce on your little girl. It's a little boy. I think we can handle it. A little boy? He'll be an uncontrollable man-eater. It's not gonna happen. It's not gonna happen at all. It's not going away at all. Ah! Super! Eventually, it's tense. Nacht, du liebe Güter! Was denn? Was soll ich machen? Steh auf! Los! Ich muss bestimmt Q drücken, genau! Dachte ich mir schon! Nein, geht doch! Geht! Nein! Wow! Wow wow wow! Alter! Oh, danke! Sie werden in! Shut up! Ist das die Militär? Ich weiß nicht! Gott, für was es ist! Wir haben fast sterben wegen dieser B**** mit dem Trigger Finger! Das war dumm! Das war... Dad! Dad! Ah! 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 Was he the one bitten? No! Don't be crazy! It's his heart! My pills! Nitroglycerin pills? Ja! Ja! Wir sind weg! Wir haben versucht, in die Pharmakie zu kommen, seitdem wir hier sind! Bitte, versucht, in da zu kommen! Nach dem Kounter, wo die P**** sind! Hm... Ist das Büro, oder? Was? Da ist wahrscheinlich eine andere Entrance. Vielleicht durch die Offizie. Wie Sie wissen, dass das ein Offizie ist? Uh... Ausgabe. Es geht nicht. Wir brauchen Nitroglycerin pills. Bitte, in da zu kommen. Ich schaufe ein Blick auf meine Vater. Was? Alle anderen sollten sich komfortieren und schauen, was für etwas benötigt. Wir können hier ein paar Jahre lang sein. Ich glaube, dass diese Drugstore nicht eine Permanente Lösung ist. Du bist richtig. Das ist nicht genau Fort Knox. Was sagst du? Wir brauchen so viel Gas, wie möglich, damit wir alle aus der Untertitel machen können. Fast! Agreed. Dann gehe ich raus und schaue Gas. Da ist ein Motel, nicht zu weit von hier. Out nach dem Ende der Peach Tree. Ich arbeite mich nach dem Weg, und dann schaue mich zurück, siphonend was ich. Ähm, kannst du die Stadt? Und ich bin Carly. Okay, Carly. Du schaust mit Doug, wenn er es braucht. Für jetzt, bekommst du etwas Rest. Du bist ein guter Schuss. Und ich würde es so halten. Du hast es, Boss. Jetzt bekommst du ihm diese Pflanzen. Ja, Kenny wird zum Anführer. Auch gut. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ja, ins Klo will ich nicht. Was ist hier? Geldautomat. Aber ich glaube, mit Geld können wir hier nicht mehr viel anfangen. Da sitzt Clementine. Oh, was liegt da unten? Ein Energieriegel. Ein Energieriegel. Schön. Ein bisschen was zu essen. Was liegt da? Noch ein Energieriegel. Okay. Mit Larry kann ich nicht reden. Da geht es in das Büro. Oh. Da liegt noch ein Energieriegel. Okay. Okay. Reden wir erstmal mit denen, würde ich sagen. Was geht mit dem Mann? Der Mann, der nicht in die Hände getötet wurde. Aber wir, Kat und ich, wir haben keine Unterstützung. Danke, Lee. Wir sind in der Sache. Wir gehen in die Läge. Wie geht es, Duck? Er ist in der Sache. Es war nur ein Schock. Wir sind schuldig. Wir haben jetzt noch jemanden, auf der Weg in die Zürich. Keine Brotung. Wie geht die Zürich? Wie geht es? Sie geht? Sie sind tot. Aber die Familie ist tot, also... Das ist schrecklich, Lee. Ja, also... Sie sieht, dass sie sich gut ist. Sie ist nur eine kleine Mädchen, Ken. Lee sagt, dass sie ein paar Tage mit ihr selbst verletzt hat. Das ist schwer. Aber du hast keine Ahnung, welche Emotionen passiert mit ihr, dass sie alle Sekunden, ihre Familie ist weg. Hmm... Was ist der Plan? Aber... Ich glaube, es scheint ziemlich gefährlich zu sein, also wir sollten uns warten, um Dinge zu klingen. Du sagst, dass deine Familie von hier in Macon war? Das ist richtig. Wo sind sie? Können wir sie suchen? Was? Es war ihr Laden? Ist das eine Lüge? Oder... ich klicke es an... Sie haben dieses Ort. Sie sind... Sie sind... Oh... Sie sind... Sie sind gut. Ich war nicht so weit, aber... Sie sind... Sie sind... Sie sind gut. Sie sind gut? Wir sind gut. Wir sind gut. Wir sind gut. Wie geht es dir, Duck? Wir haben alle vieles gemacht. Lee, du hast einen Moment? Ja. Ja. Wir sind zurück auf Hershel's Farm. Ja. Wir haben sogar nicht versucht, ihn zu retten. Das Blut ist auf unseren Händen, du kennst? Sie wissen? Wir haben alles gemacht, was wir konnten. Wegen Dinge passieren. Wir haben keine Wahl gemacht, die zu töten. Wir haben keine Wahl gemacht, die zu töten. Du hast das gemacht, wenn du zurückkriegst. Aber in einem Moment, wenn Dinge wirklich aus Kontrollen sind, hast du keine Wahl. Ich glaube nicht. Ich versuche. wie dir es gehen lassen. Hm. Ich kann schön drückende Stimmung, aber... es ist ja... völlig verständlich. Ich werd erst mal pinkeieren in die Energiergel geben. Es müssten nur sehr viel, aber hier. Zum Schluss. Ah, danke Lee. Er hat es. Sehr süß, Lee. Das gibt mir bestimmt Plushpunkte. Für euch zumindest. Untersuch' ein Foto. Ich weiß nicht, wie kann ich mit diesen Sachen da draußen sein? NUAH! Da musste ich mal diesen! Oh, so, was ist da? Die Klappe, huh? Ja. Greathing Cards. Ach, warte mal. Eine Grußkarte und da sind Fotos. Das scheint Lee zu sein in jungen Jahren und das sind seine Eltern anscheinend. Grußkarte. Für den nächsten Mal, schließt die Tür, die stand ganz weit offen. Okay. Reden wir mal mit Duck. Willst du rausgehen und schauen uns? Heh, ich bin noch nicht zufrieden. Nein, das Garten da ist kaputt. Wir können hier vorne der Store sitzen und sind gut. Okay. Aber... Was? Kartoffel? Ach, Korktafel. Wenn wir rausgehen, speichert es vielleicht. Dann speichert es vielleicht, weil der Part ist schon wieder in Überlänge. Okay. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Ach du Scheiße. Oh Mann. Sieht gut aus. 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 Und wenn einer dich zu holen? Sieht gut aus. Und was, was noch zurückgekehrt wird, ist einer von ihnen. Wie in die Hölle? Ich glaube, es wird mehr als ein paar Tage bevor alles wird geschlossen. Ja. Ich glaube auch so. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Sieht gut aus.